Ihr versucht euch Browsers zu verarschen, wir gehen in den Shop und da zeige ich euch mal die krasse Marketing von Browsers an. Let's go! So, wenn wir im Shop sind, schauen wir uns mal die Angebote an. Hier gibt es einmal ein Angebot, Sonderangebot für 109 und 169 Gems und hier Gadgets für 99 und also 2x99 Gems, das eigentlich 117 Gems kostet. Ich frage mich, wer kauft sich dieses Angebot für 99 Gems, wenn es ein Angebot für 109 Gems gibt, wo es 4 Megaboxen gibt. Das habe ich auch schon mal bei Apple gesehen, das ist halt ein Produkt sozusagen, für etwas teurer gemacht wird, also 99. Somit wird häufiger dieses Angebot gekauft und somit auch mehr Gems aufgeladen. Das ist ein Marketing-Trick, der jetzt nicht so vielleicht so fein ist, aber trotzdem sehr, sehr profitabel, denke ich mal, ist. 109 Gems von 445, ich denke mal, das werden sich sehr viele hier holen und sich auch Gems aufladen, anstatt dieses hier zu holen. Leute, habt ihr euch eins von euren gekauft, ich werde mir vielleicht sogar das hier kaufen, werde ich auch drauf reinfallen. Heute Abend vielleicht streamen, bis dann, haut rein, das war es eigentlich schon und bis dann, ciao, ciao.